Mit dem Abgasanalysegerät TESTO 3102 EN führen Sie die Abgasmessung einfach und effizient durch. Das neue Abgasanalysegerät TESTO 3102 EN kombiniert einfache Funktionen mit großer Messgenauigkeit und eignet sich damit perfekt für alle Basismessungen an der Heizungsanlage. Das einfache Handling und sein kompaktes Design machen das TESTO 3102 EN zu einem robusten Werkzeug für den täglichen Arbeitseinsatz. Die Menüführung ist intuitiv und ermöglicht eine einfache Anwendung. Bis zu sieben für Sie relevante Messparameter werden Ihnen gleichzeitig und individuell konfigurierbar im hochauflösenden Gerätedisplay angezeigt. Die Messung kann leicht über die Startfunktion des TESTO 3102 EN gestartet und gestoppt und anschließend per Bluetooth-Drucker ausgedruckt werden. Die Displayanzeige Ihres TESTO 3102 EN können Sie einfach über die TESTO Smart App auf Ihre Bedürfnisse anpassen und konfigurieren. Sie können die Abgasanalyse mit dem neuen Abgasanalysegerät auch über die TESTO Smart App starten und stoppen, sowie weitere, schnelle und zuverlässige Parallelmessungen, zum Beispiel über die TESTO Smart Probes, durchführen. Das spart Ihnen wertvolle Zeit und bietet Ihnen komfortable Bedingungen für Ihre täglichen Routinen. Über die Smart Probe TESTO 510i können Sie zum Beispiel einfach die Gasdruckmessung parallel durchführen. Auch die Parallele-Vor- und Rücklauftemperaturmessung ist spielend leicht über zwei Smart Probes TESTO 115i möglich. Zusätzlich ist zum Beispiel auch die Verbrennungsluftmessung schnell und einfach erledigt und mit dem TESTO 915i parallel zu den weiteren Messungen durchführbar. Sowohl das TESTO 310i EN als auch die Smart Probes verbinden sich direkt beim Einschalten automatisch mit Ihrer TESTO Smart App und sind direkt einsatzbereit. Über die TESTO Smart App können Sie ganz leicht einen neuen Kunden anlegen und direkt im Account die gleichzeitige Messung aller relevanten Messparameter starten, anzeigen und stoppen. Nach der Messung können Sie unkompliziert über die PDF-Report-Funktion Ihrer TESTO Smart App einen Report über die durchgeführten Messungen erstellen und diesen direkt per E-Mail an Ihren Kunden versenden. Außerdem können Sie auch schnell und sicher Ihre Messdaten in der TESTO Smart App direkt im Kundenaccount abspeichern. Ihre erfolgreich durchgeführten und gespeicherten Messungen können Sie zum Abschluss auch direkt über die TESTO Smart App mit dem Bluetooth-Drucker ausdrucken. So führen Sie die Abgasanalyse mit dem neuen TESTO 310i EN mit individuell konfigurierbarem Display und Bluetooth-Anbindung an die TESTO Smart App und den Bluetooth-Drucker einfach und effizient durch.